Also das sind schon spannende Typen, die beim Altonale Kunstherbst mitmachen. Jeder macht da sein eigenes Ding, Malerei, Skulpturen oder Fotografie. Es gibt also eine Menge zu gucken. Und wenn Sie wollen, können Sie die Kunst auch gleich einpacken. Spannend wird es am Wochenende auch im Cruise Center Altona. Denn Hauke Jessen ist nur einer von 75 Künstlern, die beim Altonale Kunstherbst ihre neuesten Werke zeigen und verkaufen. Ein ganzes Wochenende lang können Besucher sich hier Inspiration holen, an Auktionen teilnehmen und mit den Künstlern schnacken. Und vielleicht findet man ja so auch ein neues Lieblingskunstwerk für zu Hause. Man sollte nicht taktisch kaufen, wer wird morgen der große Star, sondern man soll einfach auch seiner Leidenschaft folgen und auch die Liebe zur Kunst entdecken.